Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Overwatch. Ja, es ist halt wie gesagt nur noch die Sommerzeit. Ja, wird es auch sein zum Glück. Das vertraue ich, wäre alles schon vorbei. So, die erste Woche habe ich abgeschlossen innerhalb von einem einzigen Tag. Ich habe in Arcade-Modus halt Luzibai halt diesen Remix-Modus durchgesucht. Es war gefühlt zu schnell alles vorbei. Es ist wirklich beim Sommerevent. Luzibai Remix zu spielen ist wirklich das beste, schnellste, wo man hinbekommt. Jedenfalls diese Siege zu schaffen. Mehr habe ich nicht gemacht. Hier bei der Rollenball, das sieht mir ja alles. Ich habe gar nichts bisher dazu gemacht. Wie lange geht es außerdem noch? Die Season endet in 39 Tagen. Gut, das ist jedenfalls gut zu setzen. Aber ich spiele dann mal. Ich will auch nicht die Luzibai-Modus bringen, weil ich wissen, wie wir runden das wird. Naja, Luzibai, ja. Finde ich auch nicht so gut halt. Kopa. Naja. Machen wir einfach mal klassisch. Ne. Ne. Keine klassische, sehr schnell so gut, sondern Überraschungshilm. Mal gucken, was da ist Luzibai-Modus. I. Das ist wie eine neue Position. Na. R250. R. 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 das hat aber gut das hat jetzt sind wir dran ja mit den punkten zum glück die welt habe ich auch was für die ich schwette ich definitiv kurz vor dem sterben wieder jedenfalls ich finde es wirklich gut solche also hier öfters mal so die normalen modus jetzt schnell suche die mag ich jetzt zurzeit nicht so sehr weil es ist halt wie gesagt lösen gute sache um halt hier voranliste zu tun aber wenn ich das war jetzt wirklich echt gut von mir wir haben gefühlt die ganze armee von ich bin nicht mit dem kontrolle dann sind wirklich dran ja jemand hat den geschützt so die die war hat ja auch wieder probieren bisschen es ist nicht an doppel schild nein weg mit dir ich werde niemals sterben die war ich habe manchmal im moment vermisst wirklich seien sie die spezielle das macht immer so viel spaß ist ja nicht so halt so wie gesagt mit meinen freunden was wir die meiste spiele es ist mehr call of duty 4 es ist ja jetzt bin ich gerade so aufmählich bei 4s plus draußen schön und gut aber es kotzt einfach muss öfters mal auch ein an wenn die halt wie gesagt die ganze zeit rummeckern wie es ganz ist ja die finden das scheiße das scheiße das ich wollte ein bisschen mehr also hier mehr spieler modus halt machen also mit anderen mal so der mensch alles gut ja wenn jemand keine lust mehr darauf wo ich ehrlich sage scheiße ich wollte ein bisschen auflösen aber wie gesagt die meisten sind halt so am arsch gewesen damit ja ja was will ich halt jetzt was soll man dazu sagen am besten man kann irgendwie nichts dazu sagen außer muss man halt damit klarkommen alleine würde ich auch gerne hier zu spüren hallo wo sich meine team mates die sind alle auch auf fernkampf gar nicht gut ich würde mich nicht als revolutionärin bezeichnen okay wir müssen die mercies loswerden feindliches geschütz voraus okay schon mal weg das ist sehr gut ich bin halt wie gesagt kein fernkampf hat das ist das problem ich weiß mir jetzt bei so einem torbjörn hinterzu der torbjörn muss eigentlich muss weg aber es ist halt irgendwie nicht so ganz verständlich was der soldier macht torbjörn auf der reichwärte lustig werden ist gut okay das ist jetzt wirklich echt stark sogar obwohl ich nicht gerade mehr der beste sniper bin dead ich habe versucht dagegen anzugreifen nein das wäre beinahe mein unterkampf gewinnen sogar beinahe beinahe ich finde es auch schön wie hier die ganzen aufgestellt haben aber ich würde halt wie gesagt interessant mal finden was ja bei den ganzen jahren weg an die also hier wenn die max hat wie gesagt also für fähigkeit zu existieren das wäre schön ich sag doch ich bin tot ich habe mich die ganze zeit gewinnen naja ich musste aber irgendwas tun weil ich wäre sonst mehr am arsch gewesen als andere hat ja danke sind ja du bist mein lebensreiter ich stehe Jetzt ist es. Ich down. Gucken. Nee, wir brauchen keinen Hacker. Das ist gar nicht gut. So ist es schon viel besser. Geht mir besser aus dem Weg. Ja, man sollte nicht mehr besser aus dem Weg. Verdammt! Der Beste soll nehmen! Radiert ihn aus! Radiert! Radiert ihn aus! Ich beschütze dich! Ich beschütze dich! Highlight des Spiels! Okay, dann müsste es auch ein bisschen verständlich hat. Hat er, wie gesagt, noch ganz schön viel gerettet gehabt. Und den Bull mit der Robert gehabt. Ich habe einfach bloß mal Null reingezimmern und vierfach geh. War nicht besonders. Also heißt es, der Asignat hat sehr viel mehr Damage gemacht als ich. So in etwa. Ja, trotzdem, dass hier alle auch irgendwas anderes gegangen sind. Das ist wirklich interessant. Na ja, dann bis gleich zur nächsten Runde. So. Und weiter geht's. Ich frage mich, Ich frage mich! Ich kann welche, wohl keine Streets oder so. Scheiße! Ja, schon in so mitsingen. da wie das ja die meisten sprüche ist so gut dass sie nicht über zwei jahre die ahnung ja hier gibt es eine kugel vor euch ja zwar schlecht waaat da sind genji Das ist gar nicht gut, was hier drinnen ist. Weg mit euch, weg mit euch, weg mit euch, weg mit euch. Ich habe hier als Gegner. Dann haben wir ein bisschen bevor. Ne, hier gibt es keinen Stein für mich. Ich hatte Steine. Oh, ich habe es doch gerade so geschafft. Oh nein, nein, nein. Alles, was da drin ist, muss sterben. Au. Wo sind meine Freunde? Was macht die Schafsch... So, ich wollte was, was der Wumms macht. Ich sagte, was der Wumms macht, um mich nicht gleich sofort umbringen kann. Au. So. Wo war es mein Team spezialisiert? Au. Also wir müssten versuchen, sehr viel Schatz zu machen. Ja, die reißende Kraft leider. ich glaube das wird diesmal nichts dafür ist mein team ein bisschen zu und einmal fast gut geschafft hat sich heiler war wer hat der stück ist hier wir müssen die meurer loswerden kann an meiner team ist um für den stand dazu ich genau auch nicht das ist doch nicht einer von denen die aber das war natürlich klar dass es passieren wird wenn man halt wie gesagt ein ganzes team hat was so irgendwie halt viel zu viele probleme hat es man hat ja auch gesehen hat was da hauptenweise war silber gold und in diesem moment ja viel zu viele haben mich mit erwischt gehabt hätte wäre es bloß der rotor gewesen wäre es gut gewesen aber die haben gleichzeitig auch hier in gehalt ohne ende also es war schon starkes team muss man ehrlich sagen hätte besser laufen können aber na gut bis gleich wieder zur dritten und letzten runde sicherlich so mal sehen die dritte und letzte runde wie die wird ja ich hatte gerade im tor noch eine runde gehabt aber ihr wollt ihr euch nicht antun ich bin kurz reingekommen und sieg in etwa kann man das konnte ich nicht erst runterzählen 10 Sekunden rein und schon da kommen wie es jetzt wird das ist halt wirklich heftig das genetische team ich weiß ist das eine ganze truppe oder wie das wäre wie gesagt üblich heftig jedenfalls vor allem halt wie gesagt so so heftige leute mit ab naja mal sehen wie es los im schlimmsten fall weiß ich doch nicht gleich gesnipht gerade man eh dieser man ist wirklich ein gar nicht also von mir aus müsste ich halt den punkt glaube ich ein bisschen genauer machen uns besser funktioniert hier ist alles dazwischen eigentlich mal was geschafft ich bin ich bin scheiß ich dachte ich hätte aber stehen sehen also habe ich doch richtig hingehört dass da noch jemand ist wird ich habe hier soll ja erschossen und verkehrt man oder vielleicht sollte ich mal das fenster aus dem sachen immer machen könnte ich spiele doch ganz schön sie haben mit dabei die ist weg au die ist tot zum glöckchen sie dort es könnte jetzt lustig werden hat wie gesagt wenn die ganze zeit rein und raus geht das ganze ja den punkt schaffen glaube ich nicht mehr dann bitte mal hier ich denke ich bemerke mich ja nicht mal nein du dieses misst schwein du komm her ich fertig panisch denn nein mann gut bevor ich die holt hatte jetzt bin ich schon wieder mit dem maker nicht verlassen nicht so ach so bei uns ich bin hier schon wieder wie du und hier haben wir das neue tracer noch niemals im leben was doch die scheiße danke ja auch damit auch bitte macht sie irgendwie mal down und man jetzt fragt ich glaube ich hätte mich nicht unentscheid das problem ist jetzt jetzt nervt jemand herum und fragt wegen party 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 wir haben ein bisschen zeit nicht mehr so viel drei heiler könnten vier heiler sogar könnte lustig werden sie ist da und sie ist da und sie ist da und rauf auf den punkt rauf auf den punkt doch mann wo war mein team das ist alle wieder gestorben oder wie ja da hat jemand das highlight fühlt sich richtig wie ein grillmeister das war in dem moment sich grüß der vorwärts zu sterben naja war aber jedenfalls schon ein paar gute runden also mir macht es halt nichts aus wie gesagt auch löser und rossi also hier zu stellen weil man kann aus fehlern hat auch sehen was ich halt öfters mal gemacht habe öfters mal zuverschreien gegangen öfters mal wie gesagt nicht so das team hat ein bisschen mehr unterstützt oder wenn ich versucht habe es mit ihm immer drauf gegangen das ist ja auch so eine sache naja dann wünsche ich euch jedenfalls allen schönen tag jedenfalls noch und bis zu einer weiteren folge von oberwot kleine sache noch am rande ich glaube ich werde ein bisschen zurzeit mehr oberwot springt wegen hier das könnte sich auch ein bisschen deshalb mit einstellen halt wie gesagt mit ein bisschen dringend fest machen das und so ich wollte bloß bescheid geben dann tschüss